Medien mit Weider Hallo und herzlich willkommen zur vorläufig letzten Folge des Podcasts Medien mit Weider. Pünktlich zur Übernahme unserer Plattform durch neue Führungsspitze haben wir in unserer Rubrik ein Kaffee mit unserer neue Chefredakteurin Annika Hauke zu Besuch. Hi. Hi Basti. Annika, du bist im dritten Semester Medienmanagementstudentin und seit einem Semester bei Medien mit Weider im Ressort Medien tätig gewesen. Welche Voraussetzungen bringst du jetzt für den Posten des Chefredakteurs mit und was denkst du, was im kommenden Jahr an Aufgaben auf dich zukommt? Also als Redakteur habe ich gelernt, redaktionär zu arbeiten, das heißt gewissenhaft eben auch mit den Quellen und der Recherche umzugehen und das möchte ich meinen Redakteuren auf jeden Fall weitervermitteln. Aufgaben werden es einerseits organisatorisch sein, dass wir mit der Zentralredaktion zusammenarbeiten möchten, das heißt neben dem Fernsehen, der Novum und wir eben mittendrin, crossmedial arbeiten zu können. Und auf der persönlichen Ebene habe ich auch noch einige Aufgaben zu bewältigen, wie zum Beispiel Durchsetzungsvermögen zu zeigen, im Notfall auch einen klaren Kopf zu bewahren. Mit den neuen Leuten bei Medien mit Weider und der kompletten neuen Crew kommen mit Sicherheit auch einige neue Ziele und Ideen ins Spiel, vielleicht auch von dir. Kannst du uns für das kommende halbe Jahr einen kurzen Überblick geben? Also Ziel ist vor allem dieses crossmediale Arbeiten mit der Zentralredaktion. Das heißt, der Redakteur schreibt den Artikel und die Fernsehproduktion dreht das sozusagen technisch ab. Der Redakteur hat aber auch die Freiheit für jedes Ressort zu schreiben, das er möchte. Das heißt, neben dem Feature ist auch ein Treatment für den nächsten Dreh mit dabei. In deinem Lebenslauf steht jetzt zukünftig Chefredakteurin einer Online-Plattform. Das macht sich bestimmt gut. Willst du wirklich irgendwann in diese Richtung gehen oder was denkst du, wenn dich dein Weg führen wird? Also festgelegt habe ich mich da noch nicht. Ich gucke mir alle Module und Belegmöglichkeiten, die die Hochschule bietet, an und versuche, so viel Erfahrung zu sammeln wie möglich und das dann in mein Praktikum mitzunehmen. Danke Annika für das Gespräch. Das war es mit unserer vorläufig letzten Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht sehen wir uns dann bei einer anderen Gelegenheit irgendwo. Man weiß es ja nicht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.